Ihr könnt durch die staubigen Gänge gehen, immer verworbt von dem Schmiedegeruch, der vor allem dann auch bei Tordal in der Nase sticht. Und Worgen ist tatsächlich froh, dass er seine Gasmaske aufgezogen hat, ansonsten würde seine Lunge wohl ziemlich durchlöchert sein. Und wenn ihr dann in die große Kommandumbrücke von Captain Tibias kommt, könnt ihr sehen, dass wohl auch schon Felros und Akutai anwesend sind. Vor allem Akutai, der da wohl relativ genervt auf dem Holo-Tisch herumpocht und euch darum bittet, doch schnell näher zu kommen. Ja, ich beschleunige meinen Schritt und stelle mich mit meinen Brüdern den anwesenden Kommandanten respektvoll vor. Kommandanten, darf ich vorstellen, meine Brüder, Bruder Krey von den Raven Gods, Bruder Gabriel von den Dark Angels und Bruder Tordal von den Space Wolves. Wir sind geehrt an diesem Treffen, mit euch teilzunehmen. Als Tordal's Namen fällt, schlägt er sich ehrenvoll auf die Brust und nickt den Echtens aller herbietungsvoll zu. Ich bin Bruder Octavius von den Ultramarines und wir wurden hierher gebeten, um die Rolle eines, ich sag jetzt mal, Vermittlers zu übernehmen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass so ruhmreiche Orden wie ihr es seid, so etwas auch nur nötig haben. Käpt'n Tibias wird interessiert, seine brennendroten Augen auf Worgen richten. Ihr habt sogar einen Menschen dabei. Ach ja, stimmt, den vergesse ich immer. Das ist unser Ballast. Er ist aber vertrauenswürdig und in der Sorge, sollte er in Ordensgeheimnisse kommen, haben wir schon Plänen, ihn auszuschalten. Du siehst, wie sich die Augen zuziehen, Gabriel. Menschen sind nie Ballast. Wir dienen den Menschen. Wir dienen gemeinsam dem Imperium. Das ist vollkommen richtig, ihr habt recht. Worgen ist ein loyaler Soldat und Thronagent der Inquisition und der Death Watch. Es interessiert mich nicht, ob ihr einen Menschen dabei habt. Ich möchte endlich auf dem Planeten landen. Das sollten wir in der Tat, Käpt'n Akulai. Wer ist der Akutai? Verzeih. Käpt'n Akutai. Und ich bin Feroz. Damit haben wir wohl sämtliche Höflichkeiten ausgetragen. Nun soll also die Death Watch über uns richten. Ich lasse mich nicht von einer Death Watch richten. Ich bin Käpt'n Akutai. Ich lasse mir nicht von einer Death Watch vorschreiben, wie und wann ich meine Angriffe zu koordinieren habe. Ich bin hier auf den Befehl des Feldkommandanten. Wir sind nicht hier, um über irgendwen zu richten. Wir sind hier, um die Verteidigung dieses Bläten endlich in Gang zu bringen. Wir wollen nichts verteidigen. Wir wollen sie einreißen. So ist es. Wir sind hier, um den Feind und gegebenenfalls Xeno Abschaum von diesem Planeten zu verjagen. Gut gesprochen, Bruder. Lasst uns aufbrechen. Wir stürmen den Turm. Das tue ich gerne mit euch an der Seite. Unser... Doch sollten wir zuerst ihre Ungereinheiten und einen gemeinsamen Deal aussprechen. Und natürlich stets den Imperator, den Allvater, ehren, wie er uns es einst gelehrt hat. Ihr habt also eure Bündnisse schon gemacht. Ihr stürzt die White Scars, wie ich das sehe. Wir unterstützen euch alle drei. Jeder eurer Orden ist ein ehrenvoller, stolzer, ruhmreicher und kampferprobter Orden. Genau wie unsere. Und jeder hat besondere Stärken, die bedacht werden müssen. Wir von der Death Watch haben gelernt, mit verschiedenen Stärken, aber auch Schwächen der einzelnen Orden umzugehen. Und deswegen sind wir hier, um euch in dieser Hinsicht zu unterstützen. Mehr nicht. Wir werden euch garantiert nicht irgendwelche Urteile von uns mitteilen oder so etwas Respektloses. Also gut, wie lösen wir das Problem? Nun, ich würde... 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 der ist nicht mehr aufzuhalten ich weiß dass euch ein vorschnelles handeln zuwider ist dennoch muss ich dazu raten ihn zu unterstützen ich werde mir diesen ruhm nicht nehmen lassen die iron hands werden den turm einnehmen bevor die white scars ihre elemente gesäubert haben werden uns unten auf der oberfläche wiedersehen damit schlägt sich felross einmal seine eiserne hand auf die brustplatte und wird dann ebenso abrücken ihr bleibt zurück mit captain tibias nun captain das lief nicht ganz so gut wie ich erhofft hatte nein tatsächlich nicht und sie werden dort unten zahlreiche menschen töten sowohl die white scars als auch die iron hands sind nicht für ihre für ihr mitgefühl bekannt umso wichtiger ist es dass ihr schnell eure truppen entsendet um ihnen zu helfen und ihnen auch die wahren gegner zeigt aber wir müssen das diplomatischer tun als das bis jetzt der fall war zu viel stolz in dieser situation könnte eine katastrophe für uns alle bedeuten das denke ich auch ihr sagte dass hier mit den elementen der rebellion in kontakt treten werdet diplomatie findet heraus wo die tausend sprecht mit ihnen bevor sie umgebracht werden und wir können das gerne versuchen obwohl mir kätzer und verräter selbstverständlich ein kreuel sind es kann doch nicht wirklich gerade der vorschlag ich muss das mit verstanden haben uns mit norwesen auseinander zu setzen mit ihnen diplomatie zu betreiben ihr sollt mit den rebellischen elementen sprechen wo die tausend wie sie hierher gekommen sind und danach sollte die tau vernichten ihr seid doch xenos jäger auf jeden fall es wird mir ein spaß seien sie zu jagen bitte euch nur schließt euch nicht diese massaker an und lasst die menschen dort unten leben wenn sie beeinflusst worden sind und wir müssen selbstverständlich den widerstand brechen aber wir werden gnade walten lassen dass wir haben wir haben derartige missionsziele bereits hinter uns wir wissen wie wir zu agieren haben aber was machen wir mit den beiden anderen kommandanten die jetzt bereits aufgebrochen sind ich glaube fellross könnte noch dazu bewegt werden gnade walten zu lassen aber die white scars die höllen mark ist groß er blickt einmal auf den hohen bildschirm und vergrößert einmal den planeten dies hier ist die höllen mark haben ein konglomerat aus schwimmenden städten die sich mittlerweile zusammen gebunden haben es sind drei große hives und 34 kleinere die zusammengeschmolzen sind und so die höllen mark gebildet haben das wo die ironhands hin unterwegs sind ist der granitturm den findet ihr ganz am norden hier am brodelnden polarmeer ein großer turm eine steinsäule die quasi der einzige stabile punkt ist der nicht von erdbeben betroffen ist er diente früher der residenz der guverneure die das administratum und das mechanikus das ministrochum sie alle haben dort ihre agenten und würden von dort aus kontakt aufbauen sofern die quarantäne aufgehoben wird sprich dort versuchen sie den kopf der schlange abzuschlagen ich wechsle auf internen kanal mit meinen brüdern und sage ich glaube wir wir haben versagt die die beiden kommandanten sind aufgebrochen ohne zusammenzuarbeiten wie sollen wir vorgehen ich bin ratlos brüder nun wir haben unsere eigenen missionsziele je schneller wir die tau finden desto schneller können wir die white scars und ihre wut und ihre kampflust in die richtigen bahnen lenken das eigentliche missionsziel ist die befriedung dieses planetens und dementsprechend ist es dafür noch nicht zu spät auch wenn die ordner hat und anhand arbeiten recht gabriel unser primärziel war den konflikt zwischen diesen orden zu beenden wir haben zwar dafür gesorgt dass es keine feindseligkeiten zwischen ihnen gibt aber eine zusammenarbeit ist es auch nicht gerade ein bisschen wettstreit hat den orden auch nicht wird den orden auch nicht schaden ich wollte gerade sagen eine gewisse streitigkeit ist schon immer in den orden gewesen ich denke in dieser art und weise wie wir es tätigt haben wir wahrscheinlich die einzige ist überhaupt ohne einen größeren konflikt auszuwerten sie waren alle fixiert jeder wollte eigentlich nur dort runter den feind besiegen es ist unter den brüdern ein offenes geheimnis dass einige orden nicht einen tisch zu bringen können tisch zu bringen sind ich denke dagegen können wir auch nichts tun momentan sind sie auch fixiert auf ihre eigenen ziele und ich glaube das ist momentan der beste weg überhaupt sie in einer schlacht bringen und dann werden wir einfach für unser ziel einfach mit jedem dieser ort zusammenarbeiten dieser man das haben wir bereits zugestimmt die beiden orden zu unterstützen wo sie können also haben wir schon in gewisser weise unsere mission erfüllt du hast recht ja ihr habt alle recht wir werden diesen konflikt siegreich zu ende führen habt dank brüder ich wende mich wieder an den salamander tibius captain wir müssen ebenfalls aufbrechen nicht dass unsere brüder einer übermacht entgegenstehen brecht ihr von hier aus auf oder wollt ihr zurück zu eurem eigenen schiff ich denke die zeit ist zu knapp um noch einmal zurück zu fliegen wir brechen sofort auf mit eurer erlaubnis natürlich selbstverständlich wir werden ebenso mit der landung beginnen ich habe zwei schattenschwerter und ein land raider die werde ich zusammen mit meinen salamanders in den kampf werfen und soweit verhindern wie möglich dass zu viele zivilisten sterben wir schwant üblis was ist der plan mit diesen tier mats umzugehen die tier mats das sind riesige bergbau maschinen die seid sicherlich im bilder ich bin im bilder ich habe bisher keine pläne für die tier mats mir geht es vor allem um die rebellen meint ihr dass sich verräterische elemente und die tau vielleicht die wasserkaste dort in die tier mats gebracht hat ich würde mich nicht wundern wenn sie einige dieser maschinen erobert haben vielleicht war das auch die möglichkeit wie sich die wasserkaste dort ausgebreitet hat ich bin kein xenos jäger so wie ihr die salamanders kämpfen vor allem gegen älter aber nun wenn ihr als xenos jäger spezialisten seid kann es natürlich auch sein dass sich die wasserkaste über diese tier mats ausgebreitet hat und ihre falschen versprechungen der menschen dort gegeben haben keine gnade gegenüber den tau eure schweren melter werden sicherlich benötigt werden gegen diese tier mats wenn sie falls sie gegen die space marines eingesetzt werden mit feuer und flamme ich denke wir fangen an anders zu schauen inwiefern die tier mats von dem feind kontrolliert werden sollte es so sein sehe ich keine möglichkeit sie nicht zu zerstören die tier mats werden bereits eingesetzt als waffe gegen die loyalen hives und die loyalen hives sitzen ihrerseits ihrer tier mats gegen die rebellierenden also habe ich das auch verstanden aber wenn jetzt die white scars und die iron hands dort unten landen dann spricht ja nichts dagegen dass die tier mats umdrehen und gegen den eigenen half und gegen die space marines geschickt werden dann haben wir definitiv die einsicht und können relativ schnell erkennen welche vom feind kontrolliert werden können sie beziehungs zerstören das ist eine gute einschätzung der lage ja das sollten wir auf jeden fall an die flotten kontingente übermitteln dass diese tier mats alle beobachtet werden ob jetzt irgendeiner von diesen plötzlich um 180 grad dreht also sollten dann besonders beobachtet werden wir sollen generell alle wissen wo sie sind als gewaltige strukturen die sich durch die erdkruste graben werden sie sicherlich eine irgendeine form von seismischen wellen verursachen das können die flotten benutzen um sie zu orten ich habe einen tag beraten wenn ihr mögt kann ich ihn auch zur verfügung stellen sobald ihr gelandet seiten in kontakt mit ihm auf weil sie braucht ja nun gerne das klingt nach einem hervorragenden plan wenn wir die orbitalen sensoren dafür benutzen können wir definitiv stets in der lage und wissen genau wo sich diese höllen maschinen sich befinden ich bin froh dass ihr von der deathwatch hier seid